So liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einem kleinen Tutorial und zwar wurde ich doch des öfteren schon gefragt, wie bekommt man diese Autotransporter vom Wohlstandskind in das Spiel hinein und ja, das möchte ich euch hier heute mit diesem Tutorial zeigen, bloß nochmal kurz für euch zur Erinnerung, wenn ihr nach Mods sucht, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, ja, die eine ist, ihr wisst von welchem Mitglied oder von welchem Modder dieser Mod ist, dann ist es ganz einfach, indem ihr halt das Mitglied sucht, ja, ich weiß jetzt zum Beispiel, diese Autotransporter sind von Wohlstandskind und kann ich hier in seinen Einträgen schauen, ja, hier haben wir sozusagen die Autotransporter oder falls ihr jetzt nicht genau wisst, dass das die Leaks Z Autotransporter Vanilla sind, dann kann man auch ganz einfach auf Google suchen und zwar, was ich da immer gerne mache, ist Transport Fever als erstes eingeben und dann würde ich eingeben Autozug, so, da wird als erstes natürlich eine Autozugstation kommen, ja, da müsst ihr mal ein bisschen runter gucken, ähm, in dem Fall wäre aber Autozug ja nicht richtig, sondern es wäre ja ein Autotransporter, ja, und dann hätten wir natürlich auch hier die Leaks, ganz klar, so kann man eigentlich jeden Mod finden, wenn man nicht genau weiß, okay, er ist jetzt von dem Modder, man weiß jetzt nicht, wie der heißt, man kann jetzt hier auch nach, bestimmt kann man hier auch nach Schüttgutwagen suchen, also, Moment, Schüttgut, ja, also wenn ihr da mal nicht wisst, ja, hier, ganz einfache Suche, ja, aber es soll ja heute um die Funktionalität dieses Mods gehen und das zeige ich euch jetzt. So, nochmal kurz für euch, wichtig ist, man kann nichts in diesen Raddateien ändern, also man kann es machen, ich empfehle es aber nicht, weil man in diesen Raddateien keinen Editor starten kann, ähm, deshalb am besten nicht versuchen, hier drin zu was editieren, sondern das Beste ist, ihr zieht euch diesen Mod gleich in euren Modordner, der ist nochmal wie folgt, der ist unter Steam, Steam Apps, Common, Transport Viewer natürlich und dann Mods und dann zieht ihr hier den Mod rein, ich habe es natürlich schon gemacht, wir haben ihn hier unten und dann kann es weitergehen mit dem Bearbeiten. So, öffnen wir diesen Mod, haben wir folgende Aufstellung, wir haben einmal die Info.lua, die, die öffnen wir am besten gleich mal mit einem Editor und, ähm, gut, wir können hier zum Beispiel noch hinten schreien, dranschreiben, Leaks, Auto-Zug-Transport, wenn man das jetzt nicht genau weiß und vor allem muss die umgenannt werden in, ähm, Mod.lua, denn, äh, Info.lua war noch Drain-Fever, äh, wir sind aber mittlerweile bei Transport-Fever, da gibt es diese Info.lua nicht mehr, das muss jetzt Mod.lua heißen. Dann gehen wir ganz einfach mal in die Res-Datei oder in den Rest-Ordner, da finden wir dann Models, nochmal Model-Vehikel-Wagen und dann sehen wir sozusagen die vier Varianten, es ist einmal, glaube ich, in, äh, grün, blau, deutsche Bahn, also Verkehrsrot und Grau. Warum es die jeweils zweimal gibt, äh, diese Wagen setzen sich aus zwei einzelnen, aus zwei einzelnen Dateien zusammen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel diesen DB, äh, diesen DB Auto-Zug-Transporter umändern müsst, müsst ihr auch wirklich beide Dateien umändern, ja, nicht nur eine, das bringt nichts, sondern ihr müsst wirklich beide umändern. So, der Grund nämlich, wieso dieser Mod in Transport-Fever nicht funktioniert, liegt daran, dass er die Beladung nicht findet und das sind ja, wie jeder weiß, die Autos, ich kann es euch mal kurz zeigen. Das findet man hier unter den Animations, kann man diesen Abschnitt hier finden, äh, wo zu sagen, wo es sozusagen gesagt wird, okay, setze viermal den Opel auf meinen Wagen, das heißt, wir haben ja zweimal, äh, diesen Wagen, das heißt, es sind acht Autos pro Waggon und das gleiche hätten wir hier unten nochmal, da kann ich euch nachher auch kurz zeigen, wie ihr das denn ändern könnt. So, aber das hauptsächliche Problem ist natürlich, wir haben diese Datei nicht und wir müssen die ganzen Dateien von Train-Fever in Transport-Fever ziehen. So, und das ist nämlich das Wichtige. So, ihr macht es einfach ganz einfach so wie ich, ihr macht links einmal Train-Fever auf Unterress und einmal macht ihr rechts den Mod auf Unterress und da habe ich vorhin noch einen kleinen Fehler gesagt und zwar diese Group-Dateien hat Wohlstandskind schon erstellt, die finden wir unter Models, unter Group, Vehicle, Car und dann haben wir hier sozusagen unsere Dateien schon und da öffnen wir mal ein, damit wir wissen, wo der Dateipfad hingeht. Genau, hier sehen wir es und zwar brauchen wir oder braucht diese eine Group hier zum öffnen, diese verschiedenen Meshes und die finden wir dann auch unter Models, dann müssen wir natürlich logischerweise unter Mesh, der Rest wird uns angezeigt, Vehicle, Car und dann haben wir Corolla und dann haben wir noch den Ford und die Limo, dann könnten wir mal kurz reinschauen, denn die heißen ja hier ein bisschen anders, aber die heißen auch, hier sieht man, das kann man nochmal kontrollieren, Ford Folder 1934, der Opel heißt dann Opel Limo, genau hier sehen wir die ganzen Dateipfade, das heißt wir kopieren uns diese drei Ordner in genau diesem Verzeichnis rein, das kann sein, dass wir da uns selber dann einen Ordner erstellen müssen, also gehen wir mal unter Res, Models, Mesh, Vehicle, ah ok, hier kommt schon das Erste, wir müssen hier einmal einen Ordner Car erstellen und da ziehen wir, besser gesagt, wir ziehen nicht, sondern wir kopieren diese Dateien hier rein. So, wir sehen hier die ganzen Meshes und daraus schlussfolgern wir, ah ok, die Meshes greifen auf Materials zurück. So, also gehen wir wieder in den Rest Ordner, jetzt finden wir wieder unter Models, Material, Vehicle, Car und hier haben wir wieder unsere Material Dateien. Das gleiche öffnen wir hier drüben auch mal, Models, Material, ja ok, hier sehen wir wieder, müssen wir wieder einen Ordner erstellen mit Car und da kopieren wir wieder diese Dateien hier rein, Corolla, Opel und Ford, Steuerung C und hier drüben Steuerung V und dann rufen wir mal kurz eine Material auf, ah und dann sehen wir, die Material braucht diese Datei, das ist eine TGA, das ist nun unsere endgültige Textur, dass das Auto hat und das finden wir wieder unter Rest, dieses Mal gehen wir hier unten unter Textures. So, der Rest wird angezeigt, Models, Vehicle, Car und jetzt haben wir hier, bei mir sind das Paint.net Dateien und da müssen wir wieder alles rüber kopieren, was diesen Namen beinhaltet und wichtig immer hier oben den Dateipfad abgleichen. Das muss wirklich eins zu eins genauso sein, wie es in Train Fever war. Ansonsten kurz das Video anhalten, hier steht alles. Rest, Textures, Models, Vehicle, Car, bitte nicht anders schreiben, das Ding nimmt nämlich Groß- und Kleinschreibung sogar auch ernst. So, hier das, die Datei ist natürlich leer, denn wir brauchen, den Benz brauchen wir nicht, den Corolla brauchen wir komplett, den Ford und den Opel. Das sind diese ganzen Dateien, die ziehen wir uns auch hier rüber. So, wir schauen nochmal zurück, ah ok, wir sehen jetzt, wir haben jetzt nun die ganzen Groups hier eingefügt und nochmal kurz zur Erklärung, wieso wir denn diese drei Autos einfügen? Und zwar könnt ihr euch jetzt hier selbstständig eure Beladung raussuchen. Dazu gehen wir hier nochmal unter Models, Group, Vehicle, Car. Hier stehen die Namen der Mods oder besser gesagt der Vehicles und ihr könnt sozusagen jetzt euch hier selber entscheiden, ok, ich möchte jetzt nicht nur dieses Opel Fahrzeug haben, ja, sondern ich möchte zum Beispiel hier hier vorne möchte ich einen Corolla haben, dann möchte ich zum Beispiel einen Opel haben und dann möchte ich einen Ford haben und dann nochmal ein Opel. Ja, es soll ja bloß ein Beispiel sein. Achtung, nicht diesen Unterstrich Load dahinter machen, denn das kommt erst hier unten. Wie ihr seht, hier steht ja auch Opel Load Punkt Group, also schreiben wir hier wieder Corolla rein. Wichtig ist, dass wir die Reihenfolge beachten, das heißt, diese Reihenfolge Corolla, Opel, Ford, Opel muss hier unten genau gleich sein. Das heißt, es darf hier nicht sein Opel, Opel, Corolla, Ford, ja, sondern es muss wirklich Corolla, Opel, dann müssen wir das wieder umändern zu Ford. Ja, und dann haben wir sozusagen verschiedene Autos auf diesem Autotransporter. Wenn ihr Schönbauer seid, dann könnt ihr natürlich auch noch die Load Indicators rauslöschen, damit sind eure Wagen dauerhaft voll. Das geht jetzt hier bei uns sehr gut, weil wir nur einen Load Indicator haben. Dazu gehen wir von dieser Klammer bis hier nach oben und nehmen den ganzen Load Indicator raus. Somit sind unsere Wagen dauerhaft, zumindest bildlich voll. So, mehr müssen wir im Grunde gar nicht machen. Was ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr eh schon in dem Editor seid, ihr könnt den Preis und die Running Costs auf minus 1 machen, denn Ab Transport Fever berechnet ihr den Preis automatisch. Das heißt, wenn ihr minus 1 eingibt, berechnet das Spiel anhand von eurer Kapazität und Gewicht und High Speed, wie viel euer Wagen kostet. Finde ich ziemlich cool und dann gibt es halt nicht diese billigen Train Fever Preise, sondern dann gibt es auch mal ein bisschen teurere Train Fever Preise. So, das ist sozusagen der eine Teil von dem Wagen und bei dem anderen könnt ihr euch dann genauso austoben. Hier könnt ihr dann auch die ganzen Autos ändern, wie ihr möchtet. Die einzigste Änderung war, wie gesagt, nur die Dateien von Train Fever in diesen Mod hier zu ziehen und ich hoffe, dieses Tutorial hat euch trotz diesen vielen schnitten und ein bisschen gestotter gefallen und ihr habt die Wagen erfolgreich in euer Spiel gebracht. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Tutorial auch wieder dabei seid und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.